Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stunner Gaming und heute spielen wir wieder wie ihr hier sehen könnt eine Runde Fireworks Mania, haben wir ewig nicht mehr gespielt, ich dachte mir, komm, zocken wir das mal wieder, äh, ach hier, ach hier ist die Tür, meine Höhe, bin ich blöd, halloo, gleich wird es werden, wir sind weggesprengt werden, heute spielen wir nämlich mal den, äh, Super Mania Map, also praktisch, einfach so ein Super Laden, hab ich mir mal die Map downloadet, um mal gucken, was wir hier so machen, ich hab auch neue Feuerwerksdinge, äh, ja, ein bisschen, äh, downloadet, man sehen, was der so alles bei ist, also ist, paar neue Dinge auf jeden Fall, ja, So, ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier an und die TPX3, denn die habe ich tatsächlich schon mal getestet, die ist relativ laut, also, äh, ist ja schon direkt umgefallen, egal, so, gehen wir hier mal kurz in Deckung, Ja, okay, geht's Ihnen gut? Ja, ich glaube, Ihnen geht's gut, oder? Ja, der sieht doch noch ganz gut in Ordnung aus. Gehen wir jetzt mal hier rein, ich würde sagen, was kann ich hier denn aufgeben? Ah, das teile ich hier, weg mit dem. Ha, Watz hier, ich klau hier einfach alles, so, weg mit dem Zeug, jeder darf hier rein und raus, ohne hier zu bezahlen, so, zack, boom. Hier, weg mit dem, Watz. Warning, be nice with cats. Ja, ja, ähm, ich mag natürlich Katzen, ähm, deswegen spreng ich das hier auch gar nicht weg, oder so. So, mal sehen, was passiert. Oh, upsie, ich glaube, da sind die Katzen nur weggesprengt worden. Oh, ich nehme das schön, aber mit, ne? Ist hier irgendwo eine Mülltonne? Moin, moin, ich muss hier mal kurz durch. Wie komme ich hier rein? Neh mir einfach die Tür hier weg, so. Komm mit. So. Und adios, amigos. Ja, so, ich glaube, jetzt ist es weg. Ich sehe es auf jeden Fall nicht mehr, so. Die Tür, ja, egal. So, die Tür kommt auch mal weg hier. Ey, man kann ja diese Menschen nehmen, cool. Yeah, er macht Breakdance. Du hast die Scheibe, du. Ja, die Scheibe nehmen, du. Ja, hier. Du gehörst zu den Wegen. Irgendwie schon interessant. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier so eine kleine, wie nennt man das, so eine kleine Dingsbums. Wir platzieren jetzt hier überall diese Dinger und verbinden die dann. Und dann explodieren, ist kein Grund, direkt oder zu fallen, tatsächlich. Wenn man diese blöden Dinger berührt, dann fallen die einfach nicht. So, wir machen hier eine Linie. So. Ja, ihr hier auch. Ihr steht hier auch ein bisschen so, blöd. So, und jetzt machen wir hier ein Verbindungsdingen. Zack, zack. So, und verbinden das hier einmal alles. So. Ich glaube, das könnte gut funktionieren. So, zack, zack, zack. Bam, 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 bam. So. Hier. Hier einmal alles rein. Hallo? Danke. Bam, 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 bam. Und dann hier weiter. Boah, das ist immer so scheiße, alles hier zu verbinden, aber sollte trotzdem klappen. Ich hätte jetzt da oben nicht anzünden. Vielleicht zünden die auch automatisch, weil wir hier alles gleich weggesprengt sind. Kann auch sein. So. Verbinden. Verbinden. Verbinden, verbinden, verbinden. Und wieder zurück. So, so. Dann verbinde ich das hier. Zack, zack. Bam. So, dann noch die hier. Die müssen natürlich auch weggesprengt werden, denn die dürfen ja auch nicht überleben. So. Ja, ich glaube, das reicht so, oder? Ich glaube, das sind hier drinnen die, die werden auch mitgesprengt. Äh, egal, okay. So. Gut, dann gebe ich mal wieder hier zum Anfang und zünden die mal an. Und ich gehe jetzt weg. Wobei, ich will auch zugucken. Ja. Oh. Boah. Ich glaube, die Linie wird tatsächlich ein bisschen größer, aber macht nichts. Jo, ihr fliegt alles durch die Gegend. Ich glaube, was ist das? Oh, jetzt kommt es zu mir. Ja, guck mal. Das muss man doch hier blendet. Die fallen ja alle rum. Ja. Okay. Boah, was ist denn mit der passiert? Moin, Kollege. Wie geht's dir? Moin, moin. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist so. Ist ja, wann ist die Nahe denn? Binnen drinne. Ja, ich... Breaking news. A dangerous group of people are trying to take over the room. Ich glaube, der wird jetzt weggeschmetterung. Bats. Bamm, bamm, bamm. Ja, ich glaube, der Einkauf ist damit beendet, oder? Ich kann hier irgendwas wieder nehmen. Hallo. Please. Aufheben. Upsi. Upsi, dupsi. Hier. Ich kann einfach die Tür nehmen. Ja, ähm... Okay, alles gut hier, ne? Ich raub... Ich raub gar nicht diese Bank hier aus. Lass ihn mal ein bisschen hier aus. Was gibt's denn hier noch so? Bombenrohre, Kugelbomben. Was ist denn eine Kugelbombe? Probieren wir es mal aus. Absolut keine Ahnung, was die macht. Nicht hier hoch oder sowas? Ich hoffe nicht. Äh, doch. Okay, ich glaube, die sollten wir nicht nutzen. Mörser, was denn? Ach so. Hm, Fontänen. Ja, die bringen eh nix. Also die würden nix bringen. Okay. Sollen wir mal eine Rakete drauffliegen lassen? Ich glaube schon, oder? Hier, äh, machen wir mal die hier. Die ist viel zu klein. Machen wir mal die hier. Ich hoffe, die bleibt tatsächlich auch dort. Bitte bleib. Also da ist nicht die ATM. Aua. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber wir könnten hier mal alle einfach alle noch zünden. Ja, ich komme hier endlich raus. Nein, nicht ganz, aber fast. Gut, ich glaube, wir sollten mal nach hier hinten hingehen. Oh, hier steht ja noch jemand. Ich glaube, wir sollten mal so eine gewisse Rakete hier anzünden. Die ist jetzt, glaube ich, falsch herum, sogar. Oh. Ja. Funktioniert doch alles super hier. Sollen wir mal, sollen wir mal, ähm, hier diese komischen Gasdinger hier hinpacken noch? Oh. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine nur damit angezündet habe, ähm, hier ist hier der ganze Laden weg. Komm, wir machen das als Abschluss noch, dass hier alles gleich weggesprengt wird. Ich glaube, das reicht sogar schon, oder? Also ich bin mir nicht sicher, ob das hier alles weg ist. So, ich muss hier nur kurz durch. Das sind gar keine Gastank. Hallo? Upsi. Moin. Lassen Sie mich hier... Was für 70%? Hier kommt, hier ist bald 100%, weil der neue Renner renovieren muss. So, aber wie zünden wir jetzt eine an? Ich glaube, mit der 20-24-Rakete, oder so. Hm, äh, Rakete, ich meine Batterie. Nee, ich glaube, wir nehmen einfach hier wieder. Die... Schmeißen die mal kurz, dass die so umfällt. Weiter mal um jetzt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay. Oh, oh ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Okay, ich glaube... Ich glaube, ich habe mittlerweile alles angezündet. Ja, ich glaube... Ich glaube... Ja, ich glaube, tatsächlich ist es... Ja, es könnte alles kaputt sein. Lassen wir mal reingehen. So, ich wünsche euch übrigens ein frohes neues Jahr. Ich habe das jetzt seit sechs Tagen euch nicht gesagt. Ähm, man sieht hier nicht... Wer ist hier noch an der Kasse? Egal, man sieht hier absolut nichts. Ich würde sagen, dass wir ja... Da wir ja jetzt 2024 haben, zünden wir einmal das hier und sehen, was das ist. Oh, hey, 2024, wow. Das ist ja voll wenig gewesen, jetzt mal ehrlich. Guckt euch mal die 2023 Dinger-Dings an. Wow, 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 wow. Ja, okay, ist auch nicht viel. Irgendeine ist viel gewesen. Gucken wir uns mal die 2022 an. Joa. Ich glaube, 2021 war die, ne? Ja, die war das. Wo dann gleich alles rausgeschossen kommt. Und jetzt. Ram. 21, 21. Ich finde die 21 immer noch am besten. Aber ja, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Ich auf jeden Fall, ähm... Ich habe auch viel dazugelernt. Hab auch. Hallo. Ist kein Grund, hier rumzuwackeln. Ich kann es nicht mal wegmachen, kann ich hier. Nö, passt ja leider gar nichts. Egal, ich glaube, der Laden ist tatsächlich... Kommt mit leer. Oh, moin. Und die kann man gar nicht anzünden, ne? Schade, aber hier ist sogar auch Feuerwerke drin. Naja, Leute. Wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Zollserver vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Ciao, ciao. Outro 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 Outro